Hey ihr Lieben! Wir grüßen euch ganz herzlich. Willkommen auf unserer Online-Kongress-Seite. Wir grüßen dich zum Loa Hoku Online-Kongress. Eines unserer neuesten Spielwiesen, möchte ich sagen. Direkt frisch aus dem göttlichen Feld der Wunder geholt und inspiriert durch unsere ganz wundervolle Loa Hoku Community, Meister-Community. Es ist sozusagen, wir wollen eigentlich, wir wollen anknüpfen und doch auch alles neu machen, weil so ein Online-Kongress kann wundervoll sein und wie vielleicht du auch schon mal in einem gemerkt hast, ist es an vielen Ecken nicht mehr wirksam und auch gar nicht mehr so spaßig, sich acht Stunden lang Dauer bescheiden zu lassen. Vor allem diese aufgenommenen Dinge reinzuziehen. Wir wissen zwar noch nicht, ob wir es dann später als Recordings nochmal weitergeben. Nur in diesem Moment sagen wir, es ist ein großer Unterschied, ob du direkt im Feld wahrgenommen bist von uns und wir sozusagen ganz automatisch für dich wirken, weil es gar nicht anders geht. Und im Feld zu sein, das bedeutet, sobald du dich angemeldet hast, bist du im Feld und in diesem Moment sind alle Channelings, alle Vorträge, alle Fernbehandlungen, jede einzelne Frequenz, alles was da ist, nur für dich. Und das macht, das ist so ein großer Unterschied, weil das ist dann nicht Fernsehschauen, sondern das ist wirklich dabei sein. Das ist, finde ich, das Highlight. Der Lichtraum, der dich durch die drei Tage trägt. Und es ist einfach so kraftvoll. Und darum ist es auch gar nicht so wichtig. Unsere Vorträge, Spielwiesen, Events, wie auch immer du es nennen willst, sind meistens relativ kurz, 13 Minuten, eine halbe Stunde. Weil es gar nicht wichtig ist, dass du deinen Kopf so voll prassen lässt mit irgendwelchen Infos, die du sowieso nicht brauchst. Wir wollen, dass du dich reinblickst. Fühl, fühl, was du fühlst, wenn du das hörst, wenn du das siehst, wenn die Person das erzählt, wenn du in der Fernbehandlung bist, wenn du die Kongressfrequenz hörst. Die wird ganz wundervoll. Und alleine diese Kongressfrequenz wird dich schon auf Dimensionen tragen und tief in die Erde verwurzeln lassen, wie du dir es heute noch gar nicht vorstellen kannst. Das Ganze ist natürlich wie immer kostenlos. Ja. Und was vielleicht auch sehr wichtig ist, ist, wir möchten dir einen Vorgeschmack auf das Spiel des Liebens geben. Das bedeutet, wir öffnen sowohl mit dem Lichtraum als auch mit der Frequenz deine Möglichkeit, das Spiel des Liebens für dich zu sehen. Also nicht so, wie wir es sehen, sondern du darfst dich da reinlegen und einfach mal für dich erfahren, wow, wie fühlt sich das für mich an. Ja. Und dann noch unsere Community. Genau. Wir öffnen sozusagen die Meisterschule, hat die Meister-Community ergeben und es ist so wundervoll zu sehen, wie ganz viele Menschen, die an sich gar nichts miteinander zu tun haben und keinen Klebstoff haben, so unglaublich wundervoll miteinander schwingen. Ja. Und wir machen sozusagen die Fenster auf und du kannst sehen, wie es ist. Genau. Und was sehr geil ist, weil ich möchte gleich da rein in dieses Fenster auf unser Partyhaus. Woher? Das ist wirklich, das wird ein total zentrales Spiel sein in diesem Online-Kongress. Wir öffnen für dich das Partyhaus, in dem du alle möglichen Sachen für dich ausprobieren kannst. Ob du das fühlen oder das fühlen willst. Ob du hier sein willst oder da sein willst. Das darfst du für dich einfach entscheiden in diesem Partyhaus. Und in diesem Partyhaus kannst du sozusagen in, ich glaube, wir haben gesagt halbe Stunde, dreiviertel Stunde, kannst du einfach mal jedes Fenster, jeden Raum öffnen, betreten und reinfühlen, wie fühlt sich das für dich an. Du kannst natürlich auch die ganze Zeit in einem Raum bleiben, wenn du eher so nicht der Veränderer bist. Und du wirst sehen, wie schnell wir unser Mindset ändern können oder unseren State, unsere Verfassung, unsere Gefühlsverfassung. Weil wenn wir nicht an den Gefühlen festhalten, dann können die in den Flow gehen. Und dieses Partyhaus, ich liebe das ganz besonders. Ich rede schon seit Tagen von nichts anderem, weil das einfach das Highlight wird. Das ist wirklich so geil. Das Schöne ist, du spürst, und zwar du spürst ganz kräftig, wie arg du mit dir und Räumen und mit Feldern arbeiten kannst. Genau. Weil jeder Raum, der geöffnet ist, ist hinterlegt mit Frequenzen, einer Farbe, einem Geruch. Und du kannst spüren, was macht das mit dir? Was macht das, wenn du dich in das Feld legst? Was macht das, wenn du den Raum betrittst? Wie fühlst du dich, wenn du im Zirbenraum bist oder im lilanen Lavendelraum? Dann schläfst du gleich ein, wenn du den Lavendelraum betrittst. Und vielleicht sagst du, echt, das kann nicht sein. Und wir sagen, probier es aus. Komm in unser Partyhaus und mach mit uns Party. Und schau für dich, was das Spiel des Lebens für dich alles bereithält, was es alles beinhaltet. Denn es ist unendlich viel. Ja, und ein anderes Highlight ist auch, es wird ein Teaching geben, wo wir auf deine Fragen eingehen, wenn du dich traust, sie zu stellen. Das heißt, es wird sozusagen wie eine große Einzelsession für dich. Genau. Und das ist, finde ich, ziemlich, ich freue mich schon so riesig da drauf. Ja, ich freue mich auch. Und dann gibt es natürlich wundervolle Fernbehandlungen. Also es gibt eine Fußreflexzonenmassage als Fernbehandlung. Es gibt eine wundervolle, tiefe Fernbehandlung am Abend, sodass du leichter mit einschlafen kannst. Es gibt eine Mediklang. Es gibt den Stuhl des Vertrauens. Es gibt viele Podcastsessions. Es gibt wirklich so unendlich viel. Es gibt ganz viel Spaß auch. Es gibt Aufstellungen. Es gibt einfach alles. Wir haben wirklich das volle Programm, du kannst tanzen, du kannst dich schütteln, du kannst loslassen. Du wirst in den Morgen hinein begleitet über unsere Morgenroutinen. Es gibt natürlich auch Yoga und nicht das Yoga, das du kennst, sondern einfach das Yoga aus dem Spiel des Lebens. Und ja, du kannst wirklich diese drei Tage auftanken. Und nicht nur auftanken, weil du weißt ja, wir sind nicht nur die für den Konsum, sondern du kannst wirklich für dich sehen, wo stehe ich, was will ich, wer will ich sein im Spiel des Lebens und wie will ich dieses Spiel des Lebens überhaupt leben. Und dazu laden wir dich ein. Es gibt auch einen Apfelstrudel. Und es wird einfach wundervoll. Es wird einfach ein Riesenfest. Und vor allem wird es sehr erdig. Es wird erdig, denn Spiel des Lebens bedeutet, dass du diesem Menschsein, diesem Ganzsein dein Jahr gibst. Und dass du diesem Körper dein Jahr gibst, diesem wundervollen Leben auf dieser schönen Erde. Ja. Du wirst bestimmt auch noch über die nächste Zeit Videos sehen, vielleicht von dem einen oder anderen Meister, von uns, von den Loa-Hokus. Und es wird so ein Fest und es ist für uns eine große Gnade, finde ich, dass wir dich einladen dürfen, mit uns zu spielen. Wir laden dich ein, in unseren Räumen zu sein und gleichzeitig in deinem dich zu erkennen. So schön, dass es dich gibt. Immer wieder danke. Ich liebe dich. Danke. Bis bald.